Wir bleiben Freunde, was auch immer passiert Fortnite Battle Royale Ich hab nicht mehr eine Ahnung, was es da wirklich geht Soll ich dir in kurz vorm erzählen? Ja Also du bist 100 Leute auf einer Karte Die Karte wird von Zeit zu Zeit immer kleiner Und du musst als letztes überleben Das war's Achso, das ist ja genau das gleiche wie PUBG dann Nur halt in Comic Grafik Ja Aber wie gesagt, also mein Spiel ist es auf keinem Also definitiv nicht so was Definitiv nicht oder was? Nee, auf keinen Fall Wieso haben wir es dann installiert? Bitte? Wieso haben wir es dann installiert? Ja, halt mal was Neues Also die 15 Euro für das andere Ding wollte ich jetzt echt nicht ausgeben Ja, sonst können wir echt auch mal wieder Overwatch oder Weiß nicht, was haben wir denn noch? Und das Zweig muss jetzt nicht unbedingt sein Sonst haben wir gar nicht so viele Spiele, wo wir gemeinsam haben Nö Man kann ja einfach mal in Steam umgucken, was es so gibt Und sich einfach irgendein Spiel aussuchen, ohne dass du es großartig weiß, was es ist Ich kann auch Age of Empires für 3 Euro kaufen Ich hab Age of Empires Ja, also Dann haben wir ja schon ein Spiel gefunden So, ich fang mit Dota an Dota, nee, dann können wir gleich bei LOL bleiben Oder World of Warcraft legt man jetzt los 20 Jahre später Auserwählte Decimon Sie wollten mich zu Ich kann nicht umgehen Ich werde geklappt werden Die Oriana ist sehr sehr offensiv, ich glaube die können wir leicht ganken So, ich komm gleich Ich bin aufm Weg Die lauf dann gleich rein, gell? So Nein Aber egal Fuck Warte, ich probier's nochmal Eigentlich steht da mein Jetzt ist mein Pin Verdammt, ich hab falsch gerechnet, wo die langweil So Gehst du nochmal rein? So Gehst du nochmal rein? Weil du bist nochmal ein bisschen volles Oh Oh Gehst du nochmal rein? Oh 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 Die Wahrheit Die Wahrheit Heißt die Nacht willkommen Jetzt stehst du nochmal rein? Jetzt stehst du halt wirklich offen Alles gut Alles gut Gehst du nochmal rein? Die Geistern machen und dann kommen Wenn ich Gehst du nochmal rein? Nein Okay Oh man Keine Sekunde gewartet Ich werde gehört werden Ich kann nicht umkehren Nur Sie konnten mich nicht Wooh! Fuck! Ich hätte doch fast kein Leben mehr, die Kamill. What the fuck? Ich werde geklappt werden. Oh, 55 zu 13 Lastits. What the fuck? Alter, was machst du denn? Ja, ich komme ja nicht zum Lastit mit. Ja, okay, stimmt. Ja, ich mache Red und dann komme ich nämlich zu dir, okay? Puh, die ist ja Level 7, ich bin Level 5, also ich habe noch nicht Multi. Jetzt bin ich Level 6. Alter, hohoho! Weil die macht halt schon abartig Schaden jetzt. Ich weiß auch nicht, ob es sich Sinn macht, die zu gank. Nicht wirklich. Weil die killt mich wahrscheinlich. Glaube ich auch. Wanns? Kannst du denn wo ich den nehmen würde? Ja, aber dann kannst du besser fokken, oder? Oh, die sind mit Drake. ich spreche nur die wahrheit bewegt mich auch mal nach unten aber ja gut ich hau nicht ab so mal lass mal ein flum machen wenn ich dann gleich back bin von europa und base dann können wir auch von mir aus noch mal die ganken in der Mitte oh, ich kann probieren oh alter fuck die holt mich halt einfach instant ich dachte wir warten ich musste auf meine Läden laufen oh, mach diesen abartigen Schaden zwei halte Items ich werde gehört werden oh, die hat auch fast einen dreifachen Farm von mir ja, das geht ja, guck mal lieber dass du die anderen Läden hilfst, glaube ich sinnvoller kann ich nicht ganken ok war gut, glaube ich darf man auch bald ja, darf man auch dauert nur ein bisschen das geht auch drauf oh, Gott gut 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 Okay. Nein, 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 nein No, nein, 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 nee Nein, 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 nein Ja, nein, 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 nein Alle anderen, der Garen hat gar kein Problem, bei dem war ich aber noch nicht. Die anderen zwei unten, ja gut. Ist doch auch egal, ob ich jetzt die nochmal einmal... Dann wollen wir mal auf Top gehen. Die hat auch doppelt eine Farm von mir, die... ... und heißt, knack, willkommen. Ich spreche nur die Wahrheit. Komm mal nochmal mit. Hm, na gut, ich bin jetzt ziemlich gold dafür. Die Dämmerung nachts. Ach so? Ja dann. Hm? Ah, die Shyvana war bei mir. Wo? Im Jungle Red. Hat mich gekillt. Hm. Alter, ich bin hier auf Top ganken. Hm. Hm. Sie konnten mich nicht... Hm. Das Spiel nicht verbleibt. Hm. Das Spiel nicht verbleibt. Hm. 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 Sie wollten nicht zuhören. Oh Mann, genau in die Hulti reingespüren. Für ein Lack. Ach, genau. Meine Augen sind offen. Ich glaube du stirbst da. Da sind wir richtig alleine los. Ja die hat halt schon ein bisschen farm und fucky. Nein die hat 7 kills, also bei 100 farm sind wir bei 50. Ich bin auch nicht viel weiter von farm her wie du. La 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 la. Bleiben Freunde was auch immer passiert. Ich fehl gerade so auf ich habe meine Webcam gar nicht an. Oh. Ich steu ein bisschen nach dem tower, guck's. Oh oh jetzt sind zu viele. Ja. Kriegt dann auch keinen Schaden von mir, Alter. Ich weiß kaum was machen. Ich glaube die wissen dass ich hier bin. Ja der Pomme glaube ich bin schön. Ich finde es gut dass ich nicht geflamed werde. Ach verdammt. Ich brauche schon das doppelte item. Was kaufst du? Ich wollte gerade die doppelte Strings kaufen. Das wo ich schon habe, das rote. Meine Augen sind offen. Ich habe keine Ahnung was ich schon wieder machen soll. Ich habe keine Ahnung was ich schon wieder machen soll. Irgend mehr komme ich durch. Aber was hätte ich denn da gerade machen sollen in der Situation außer reinspringen mit 0 Mana? Ja. Ja. Keine Ahnung. Pentakill. Ach ja genau. Genau. Komm weg. Komm weg irgendwie. Komm da nicht weg. Komm weg. Oh Oriana weil. Ja. Hä? Wo ist der Draven? Ja, wir könnten jetzt Drake machen. Aber von wo hat mich der Draven jetzt gekillt? Ulti überschleift. Auch der Mond geht auf. Ob ich wohl mit der Camille dealen kann? Ich glaube ja nicht. Nö, der hat mich getaubt, der helft. Noch schlimmer, ich hab's gesagt. Ich bin kein Problem. Ich bin kein Problem. Ich bin kein Problem. Ich bin ja auf dem Weg, aber die zwei werden mich halt Tower driven. Die killt mich ja echt unterm Tower. Ja nicht nur die. Wir sind echt gut Marvin. Ich hab's gar nicht verstanden warum die da nochmal reingeht und vor allem, dass diese keine Akku kriegt. Ich werde gehört werden. Ich hab schon mal mit Shaco gar kein Damage gemacht. Ich hab's gar nicht verstanden. Ich hab's gar nicht verstanden. Ich hab's gar nicht verstanden. Ich hab's gar nicht verstanden, aber ich hab's gar nicht verstanden. Ich hab's gar nicht verstanden. Also, du läufst lieber nach rechts weg. Guck, jetzt hol die mich auch noch. Du hättest nur hier runterlaufen, statt in den Busch bleiben müssen. Beste Aktion. Wär echt alles gewesen. Nur da runterlaufen. Und du hast sogar weggekommen. Doch, doch. Ich werde dir erschreckt. Bitte? Ja, ja. Hörst du mich jetzt? Ja. Jetzt, ja. Hallo? Wenn ich die Mute-Taste an mein Mikrofon drücke, ist das wohl... Hä? Hä? Hallo? Ja. Lass mal hier ein paar Plays machen. Ich mach jetzt nen Penta. Ja. Au. Ach so. Eine Kuh, ich muss schon wieder back. Ich muss nicht sagen, ich wollte gerade den meine Geister machen, aber da kommt die Kamille ums Eck. Ja. Ich werde das mal Trig machen. heisst die nacht willkommen double warding op oh da kommt ein teleport rein ja läuft gut ich glaube ich finde in dieser season keinen midlane champion für mich ich bin echt im jungle eher so einer der echt entweder ganz spät rein geht oder der einfach die ganze zeit vorne drin steht aber beides ist shaco irgendwie ich hole sie mir jetzt nicht ich hole sie mir ich hole sie mir ich bin auch dabei hallo he is blaze nein nein bist du jetzt noch gestorben an der draven ulti die wieder zurück kam auf dem hinweg habe ich sie gedodged auf dem rückweg habe ich mich geportet das ist nicht mein bestes spiel ich spiel echt lieber shivana oder udi oder sowas ich denke mir schon so voll die plays weil ich so richtig rechtzeitig weg geflasht habe und der ulti gedodged bin und dann kommt er zurück und ich sterbe bin halt 14 mal gestorben wir haben ja 3 minuten 72 fahren ich habe 111 ich habe Alter, wo kamen die jetzt auf einmal her? Haben die dann neben dem Busch oder was? Äh, ist klar. Hä, die war auf einmal da? Naja, die ist wahrscheinlich von hier bis hier rüber gesprungen. Ne, aber dann hättest du sie ja springen sehen müssen. Ja, die ist in ihrer Trakenform aufgekommen, also von denen her. Na gut, also ich bin relativ sicher sogar, damit die in ihre, also rüber gesprungen ist. Alter. Ja, dann mal 330 AD, die Kamel. Alter. Alter. Wir sterben wie die Fliegen, Marvin. Aber jetzt sind sie nur noch zu dritt, holen wir sie uns, Marvin. So. Du bist nicht mehr. Ähm, wenn du die wachst. Genau das ist ja nicht nimm. Du bist nicht das nicht mit dir. Ich bin nicht mehr. Ist alles irgendwie zu tun? Ich bin nicht besser. Eine sehr gute Frau. Aber dann habe ich den Kaffee gekostet. Sie wollten nicht zuhören. Die machen wahrscheinlich gerade Baron, oder? Ah ne, die sind unten. Die könnten Baron machen. Ah! Die kommen von hinten an die Dings hin. Oh, da kommt er fast. Lock den hier rein, hier steht mein Tod. Ach ja, genau. Guck, jetzt locken wir den da rein. Ah, Kopfschmerzen. Ja, das war nicht unser bestes Spiel, Marvin. Nee. War es eigentlich nicht mal wert zu streamen. Das schöne ist, ich habe es aufgenommen. Wir können es uns jederzeit auf YouTube wieder angucken. Ja, nice. Ja. 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 Ja.